Gehen wir doch hier oben einfach her. Übrigens, das kann ich auch nochmal sagen, das Skymonkey-Geräusch, das habe ich vom guten Alex zugeschickt bekommen, den ich eben schon erwähnt habe. Der Alex Flattermann85 findet ihr auf YouTube und generell, ja. Und ich finde ihn nicht nur auf YouTube, sondern auch super. Kann ich den Sarg auch zerstören? Ne. Ist hier noch irgendwas für uns? Doch, das war nur ein alternativer Weg, ne? Okay. Ich weiß, ich müsste nicht immer auch noch trinken, weil er schon Feuer speichert, aber ich mag das irgendwie, wenn er sich an Woot anträuft, sozusagen. Hat er immer zwei Phasen oder bin ich einfach nur zu langsam? Bin mir nicht sicher. Die ziehen auf jeden Fall ganz schön was ab, die Viecher. Okay. Gehen wir vor noch irgendwas, was da? Obwohl, ja, wir können einfach hier. So. Also sehr, sehr cooles Level-Design gefällt mir richtig gut. Es ist ruhig, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, die Musik setzt sogar aus. Was ist das denn eigentlich hier? Ach, das ist der Gargoyle, glaube ich, ne? Der kaputte. Das ist übrigens sehr cool, dass die, diese Blobs, die man hier einsammeln kann, dass die Geräusche machen. Wenn man sie einsammelt. Bringt gar nichts, aber... Warte, hörst du das? Rechts, jetzt kommt direkt Doppel zu! Was? Aua. Oh. WTF? Okay. Ähm. Ja, hallo, 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 hallo. Ähm. Das mache ich richtig gut gerade. Boah. Okay. Also er fliegt von selber immer runter. Und wenn er runterfliegt, muss ich einfach loslassen. Ich muss eigentlich nur A drücken. Okay. Aua. Cooles Konzept irgendwie. Wow, das war ein bisschen knapp. Aua. Boah, das war mit irgendwie 0,1% Energie. Yee-goo. Okay. bisschen wie soll ich sagen bist du ein bisschen ja da muss ich schon da habe ich noch ein bisschen kurz die luft angehalten aber klappt ja doch dann ganz gut hatte ich erwähnt dass ich gar nicht hatte weil ich gar nicht nämlich hatte ich hatte warum auch nicht jetzt sehr vertrauenserweckend aus dahinten ach guck mal her wieder so viel wieder eine aufgabe machen glaube ich du schon wieder das darf doch nicht wahr sein wie hast du es geschafft vor uns hier anzukommen fliegt ums wächter geheimnis warum frage ich überhaupt ist ja auch egal lass mich durch jetzt wissen solltest du doch wissen dass das nicht so einfach geht lass mich raten noch eine prüfung nur ein gefallen das ist ja noch ätzender du musst diese ganze alten grabsteine für mich beiseite schaffen was wieso ich bin nur ein kleiner friedhofswächter ich habe sonst keinen platz mehr für neue gräber du bist doch hier um die welt in schuld und asche zu legen ich werde den platz gut gebrauchen können du musst nur diese ganzen alten grabsteine aus dem weg räume ich kann nicht einfach wenn du damit fertig bist werde ich das tor öffnen es gibt da eine stelle über die du auf den friedhof gelangst seit wann bin ich eigentlich jedermanns lauf bursche ja ja okay interessant vor allem ganz sinnvoll da wir ja nur dadurch dass wir die grabsteine entfernen natürlich auch die gräber direkt mit entfernt haben und da mehr platz dann ist dafür um leute zu begraben ne absolut ich erkenne den großen masterplan dahinter dahinter also wow ja 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 Großer Bereich, aber fehlt mir. Fünf fehlen noch weg. Nur noch drei. Ja, schön, dass er mich auch noch darauf hinweist. Das dürfen wir gleich machen. Na, sie juckt. Was sagt mir? Jetzt konnte ich nicht lesen, weil ich meine Nase... Und so? Sind wir das oder wer ist das? Das ist nicht ganz genau. Ich glaube nicht. Wo ist denn der letzte? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von einem Lied, was ich die letzten Tage häufiger mal gehört habe. Ein Lied, was relativ unbekannt ist, obwohl es halt von einer sehr bekannten Band ist. Und zwar das Lied Leichenhalle von Die Ärzte. Richtig cooles Lied. Kann ich sehr empfehlen. Das passt irgendwie grad zu der Stimmung hier. Wie gesagt, bei denen mach ich das extra so, weil die gehen mir... Ah! So weit, so gut. Jetzt musst du diese Sache mit deinem Kopf machen. Setz dich. Okay. Finde ich auch cool, dass das Level so ein bisschen lockerer ist vom Pacing her und nicht so ultra... Hallo. Hallo. Nicht so... Nicht so ultra anstrengend. Martin hostet jetzt mit 6 Zuschauern. Vielen lieben Dank. Dank. Warum habe ich den letzten Buchstaben verschluckt? Ich weiß es nicht. Judentag an euch alle. Ich bin der Dave. Einige von euch... Ich weiß es nicht, ob Martin euch schon mal was von mir erzählt hat. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen gerade Pumpkin Jack. Ein sehr, sehr, sehr cooles neues Spiel. So ein bisschen medieval-mäßig. Falls euch das was sagt. Ein bisschen Tim Burton-mäßig. Vielen Dank für deinen... War es ein Radon-Host? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Jetzt habe ich ja alle Grabsteine zerstört. Jetzt müssen wir als nächstes... Müssen wir mit ihm glaube ich wieder sprechen. Beziehungsweise... Ne, müssen wir nicht. Wir können hier die Kopf-Aufgabe machen. Ein Horst war es. Alles klar. Vielen lieben Dank. Ah, Genickbruch. Lecker. Was kommt denn jetzt für ein... Okay. Hier sind so viele Grabsteine. Zertrümmern wir sie. Okay. Alles klar. Michael Smith. Jack Farrow. Ach, geil. Cool. Was ist das denn? Wurzen. Und... Hermione. Okay. Oder wie ich früher als Kind immer gesagt habe. Hermione. Habe ein bisschen Geogesser gespielt und ein paar Landschaften erkundet. Sehr, sehr cool. Was ist das hier? White Farrow. Der war doch hier hinten irgendwo. Er hier? Ja. Ach cool. So ein bisschen Monopoly. Pam... Pam McCoffin. Gibt es Pam McCoffin überhaupt nochmal? Gibt es Pam McCoffin überhaupt nochmal? Gibt es Pam McCoffin überhaupt nochmal? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Kommen hier vorne noch welche? Nee. Okay. Ach so, das ist einfach nur der Nachname dann. Okay. Okay. Alles klar. Ah... Wilson. Smith. Hammonds. Das war Wilson. Johnson. Du warst... Warst du der hier? Nein. Du. Ja, da hier. Okay. Okay. Also dich und... Shit. Okay. Macht richtig Bock. Haben ein deutscher Map gespielt und war in einer Location einfach in der Nähe von Gütersloh. Okay. Cool. Wo kommst du nochmal genau her? Aus... Nicht aus NRW, ne? Glaube ich. Ja. Ja. Okay. Johnson. Wilson. Walker. Okay. Johnson. Okay. Okay. Ach, shit. Ein zu... Ja. Okay. Nähe von Stuttgart. Kannst auch richtig so... Schwebeln und sowas? Existiert als Begriff überhaupt? Ich weiß gar nicht. Michael Smith. Cool. Cooles kleines Minispiel. Gefällt mir. Ich hoffe, wir haben niemanden aufgeweckt. Oho, du hast dich vollkommen geschlagen. Ich geh da mal das Tor für dich öffnen. Oho, achso. Das ist immer noch derselbe Text. Okay. Äh... Hier, ne? Ja. Okay. Ach, da vorne. Okay. Ist hier sonst irgendwas dahinter oder so? Nö. Also, das Spiel weiß schon sehr gut, wie man ein abwechslungsreiches Gameplay einbaut. Gerippe vor uns! Wer möchte ein Rippchen zum Mittag? Eine Runde geht noch! Wer? Wo? Wer? Wo? Okay. Ja, wenn ich mich anstrenge. Okay. Dann kannst du schwebeln. Ich dachte... Achso. Ich weiß nicht, ob du... Ich weiß natürlich nicht, ob du da aufgewachsen bist. Dann wäre es wahrscheinlich wieder was anderes. Boah. Ja, immer ruhig mit den jungen Pferden. Ich will nicht. Fuck! Naja. Gib mir Zeit, ein bisschen Tee zu schnabulieren. Auch so ein schönes Wort, wie ich finde. Schnabulieren. Doch bin mit hochprozentigen Schwaben aufgewachsen. Aber also oft auch... Kommt auch manchmal Schwäbisch durch beim Reden. Cool. Stimmt, doch, 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 klar. Ich hab dich ja... Wir haben ja auch schon mal gequatscht zusammen bei Discord und so. Mit Rick und sowas. Genau. Und sowas. Vor allem. Mit Rick und... Anderen Leutchen. Genau. Stimmt. Von daher... Ich mein, da hätt ich's auch ein bisschen rausgehört, tatsächlich. Jetzt, Bruder, sag's. So. Das ist echt ein bisschen tricky hier. Und das sieht einfacher aus, als es ist. Okay. Schön. Das wäre doch ein schönes Versteck gewesen hier. Ach, guck mal hier. Apropos Versteck. Wie komm ich denn da... hin? Hier her, ne? Ja. Sehr schön. 13 von 20 schon. Krass. Ist hier noch einer? Ne. Okay. Oh, Trampolin? Ne, schade. Das fehlt jetzt auch noch hier. So ein Trampolin tatsächlich. So was. Ne, so ein Trampolin-Mechanik. Oh, da sailen wir uns ja gleich rüber. Oder ist da ein Fahrstuhl? Ah, ich weiß es nicht. Oh, weh. Die Höhe bekommt mir ganz und gar nicht, sagt der Rabe. Beziehungsweise die Krähe. Alles klar. Das habe ich mich sowieso mal gefragt. Eine philosophische Frage. Vielleicht wisst ihr ja was da drüber. Können Vögel Höhenangst haben? Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es wäre schon ein bisschen ätzend für einen Vogel, wenn ich als Vogel Höhenangst hätte. Wäre, wäre glaube ich nicht so geil. Juhu. Yeah. Cool. Also generell ein cooles Level. Ja.